Mildred S. Dresselhaus ist eine US-amerikanische Physikerin. Sie ist Professorin für Physik und Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology. Leben Dresselhaus wuchs in der Bronx in New York auf. Dort begann sie zunächst am Hunter College zu studieren und ging dann 1951 nach Cambridge. Ein Jahr später wechselte sie an die Harvard-Universität und bekam dort 1953 ihren Master am Redcliffe College. 1958 wurde sie an der University of Chicago promoviert und heiratete Gene Dresselhaus. Anschließend verbrachte sie zwei Jahre an der Cornell-Universität. Ihre Karriere am Massachusetts Institute of Technology begann sie zusammen mit ihrem Mann 1960 im Lincoln Laboratory in Lexington. In dieser Zeit wandte sie sich von Forschungen zu Superleitern ab und widmete sich der Magnetooptik. Erst durch ihre Experimente entwickelte sich ein Verständnis für die elektrische Struktur von Halbmetallen. 1967 wechselte sie als Gastprofessorin an die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik. Seit 1968 ist sie Professorin für Physik und Elektrotechnik. Gleichzeitig ist sie seit 1973 Professorin an der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik und seit 1983 an der Physikfakultät. Sie hat seit 1985 den Titel Institute Professor, der am mit nur verdienten Professorin zuteil wird. Bedeutende Forschungsergebnisse erzielte sie bei der Erforschung von Kohlenstoff-Nanoröhren. 1984 war sie Präsidentin der American Physical Society. Von August 2000 bis Januar 2001 war sie Direktor des wissenschaftlichen Büros des US-Energie-Ministeriums. Seit 2004 ist sie Vorsitzende des leitenden Gremiums des American Institute of Physics. Neben ihren Studien setzt sich Dresselhaus auch stark für die Förderung von Frauen in Disziplinen wie der Physik ein, in denen diese unterrepräsentiert sind Auszeichnungen und Ehrungen. 1972 Fellow der American Physical Society. 1974 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences. 1985 Mitgliedschaft in der National Academy of Sciences. 1990 National Medal of Science. 2007 UNESCO L'Oreal Prize for Women in Science. 2008 Öhrstedt Medal. 2008 Oliver E. Bukli-Kondensed Matterpreis. 2012 Enrico Famille Award. 2012 GFLE-Preis für Nanowissenschaften. 2013 von Hippel Award. 2014 Presidential Medal of Freedom. 2015 IEEE Medal of Honor. 28 Ehrendoktorate.